Vorne der Binde ich mit Let's Play Resident Evil und dem wahrscheinlich letzten Partys stehe ich hier schon vor der Magnetkartentür. Und komme hier nicht rein, das ist sehr, sehr ärgerlich. So. Wunderbar. Das Schloss wurde geöffnet, die Karte brauchen Sie nicht mehr wegwerfen, jawohl. Äh, gut, dann wollen wir mal hinein. Ich meine, jetzt kommt der Endboss. Ich hoffe, ich verdomme nicht, weil ich alles andere abgeworfen habe. Das wäre sehr, sehr tragisch, wenn das jetzt nicht... Was ist das? Magnum-Munition. Die hat Billy, zufälligerweise. Ähm... Ja, da kommt jetzt nur noch ein ganz großer Raum. Und... Dann... Ah, ist das schon ziemlich kurz, wie ich finde. Ähm... Na ja, egal. So, Rebecca. Ausrüsten. Billy. Ausrüsten. Alles klar. Wir sind bereit. Ihr seid bereit, ich bin bereit. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Was da so... ...kommt. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Willkommen, junger Mann, so glad you have joined the party. Hey, you are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? Ten years ago, Spencer had me assassinated. Oh, time to die, doctor. I will take over your research. Ha, 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 ha. W-Wasker, Merkin. However, something wondrous happened. It took the T-Virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now, I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Ha, 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 ha. Das ist ein Glitch. Das ist ein Litcher in groß. Oh Gott, jeez. Nein. Schießt. Schießt. Rebecca, schießt. Was das Zeug hält. Okay, eben gucken. Statuswerte. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, meine Freunde. Acht Schuss hat sie noch. Gut, gut, gut. Ah, du blöder. Okay, heilen. Okay, Billy auch heilen. Ähm. Tod? Nein, natürlich nicht. Oh shit. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Stirb. Alter, wie lange gebraut? Boah. Leck mich am Arsch. Na endlich. Hass. Okay. Alter, gehen wir bloß nicht auf den Sack, ey. Okay, was ist hier los? Oh Gott, ist das eklig. Die ganzen Schleimviecher. Ach so. Mhm, 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 mhm. Ich glaube, Rebecca braucht einen und ich brauche eins. Ähm. Let's split up. Okay. Okay. Rebecca, bewegt dich vernünftig, bitte. Passt der auch. Ja. Gut. Ah, okay. Wollte schon sagen, ich hab nichts mehr gehört. Oh, speichern. Oh ja, hier kann ich mich nochmal richtig schön auffüllen. Das würd ich auch tun. Parabellum. Ja, Pistole hab ich eh nicht mehr. Abgeschmissen. Den Kack. Soll ich noch mit der Pistole? Ich meine, er lacht sich höchstens kaputt. Die Egelkönigin. Oh Gott. Hat ja denn hier keiner... Ähm. Wie heißt das? Magnumunition? Bin ich ein bisschen aufgeschmissen mit Billy. Boah, so ein bisschen. Wie muss Rebecca das reißen hier? Obwohl, nee, Rebecca ist eigentlich schlecht, wenn ich eigentlich bin. Ich muss eh nicht mehr schießen, so viel. Äh. Hm. Nee, ich tausche euch mit Billy. Arschlecken. So, kombinieren. Okay. Das aufheben, bitte. Gut. Meine... Rebecca. Äh. Ja. Ein bisschen so. Hm. Mal schauen, wie ich das mache. Also, das mache ich schon. Fahrtband. Genau. Und dann... ...nochmals... ...der letzte Speicherpunkt. Genau. Hm. Hier hinten. Ja. So sieht's aus, meine Freunde. Billy, 23. Lager. Naja, Billy ist jetzt... ...bisschen älter als 23. Aber egal. So, was haben wir denn noch? Sprees. Gut. Wir nehmen auch noch mit. Aber es ist ja nie. Ja, komm. Was haben wir denn noch? Noch mehr Munition? Nee. Ähm. Moment. Ich tausche das mal eben. Rebecca, du kriegst... ...den hier. Du kriegst... ...das... ...das ist gut. Das ist gut. Da habe ich eigentlich keine Magnum mehr. Ach, egal. So. Ja. Ist okay. Zweimal volle Haltung für sie. Zweimal volle Haltung für mich. Ja, ich würde sagen... ...let's get ready to rumble... ...in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dahin.